Hi, ich bin Moritz. In diesem Video teile ich ein paar schnelle Gedanken zu Teslas Rekordlieferungen im dritten Quartal 2021 und warum das so bedeutend ist und ihr guckt MBT. Tesla hat im dritten Quartal, völlig überraschend, mit 241.000 Autos mal wieder einen neuen Lieferrekord aufgestellt. Das sind 20%, also 40.000 Autos mehr als im zweiten Quartal. Wenn wir uns die Lieferung der letzten vier Jahre ansehen, scheint das irgendwie ein Trend zu sein, der sich auch für die nächsten Jahre fortsetzen wird. Um dieses exponentielle Wachstum noch besser verstehen zu können, werfen wir nochmal einen Blick auf Teslas historische Auslieferungen im dritten Quartal für jedes Jahr seit 2012. Das Wachstum ist wirklich kolossal. Tesla konnte in jedem Quartal die Produktion erheblich steigern. Darunter nicht nur 2020 inmitten einer globalen Pandemie, sondern auch dieses Jahr, trotz einem weltweiten Chipmangel. Und das ist verdammt bedeutend. Während den Anfängen der Pandemie 2020 haben Autohersteller ihre Fabriken geschlossen und Bestellungen bei Zulieferern für Chips und andere Bauteile gecancelt. Chip-Lieferer haben deshalb die Produktion für Autochips erheblich eingeschränkt. Die Nachfrage nach neuen Autos ist aber viel schneller als erwartet zurückgekommen und die Chip-Hersteller haben jetzt Probleme, die Herstellung für Chips so schnell wie möglich wieder hochzufahren, um diese Nachfrage zu sättigen. Und deshalb leidet die gesamte Autobranche gerade unter diesem erheblichen Chipmangel. Und trotz diesem Mangel an Chips hat Tesla es geschafft, ihre Auslieferung im Vergleich zum dritten Quartal 2020 um 70% zu steigern. Währenddessen schieben Hersteller wie General Motors ihren 33%igen Rückgang in Autoverkäufen auf genau diesen Chipmangel. Und das obwohl Elektroautos wie Tesla sie herstellt, fast 5 mal mehr Chips benötigen. Trotzdem konnte Tesla die Auslieferung massiv steigern, während die von anderen Herstellern geschrumpft sind. Irgendwas stimmt da nicht. Das Ganze liegt meiner Meinung nach jedenfalls nicht nur an Chipmängeln. Die Produktion von Verbrennerautos wird einfach nie wieder dasselbe Level wie vor der Pandemie erreichen. Es ist das Jahrzehnt der E-Autos. Traditionelle Hersteller werden ihre Produktion von Verbrennern, auch wenn die Chipmängel kein Problem mehr sind, jedes Jahr weiter verkleinern, weil Tesla ihren Marktanteil auffrisst, während sie selbst damit kämpfen, ihre E-Auto-Produktion hochzufahren. Und das wird kein einfacher Weg. Tesla produziert mit voller Geschwindigkeit. Aber das Wachstum wird durch den langsamsten Teil der Lieferkette bestimmt. Und das sind jetzt eben die Chips. Denn egal wie ob ich noch einmal ein Auto fertigstellt, wenn nur ein Teil fehlt, kann es nicht ausgeliefert werden. Und die Produktion der Chips liegt eben weitgehend außerhalb von Teslas Kontrolle. Das erinnert mich an was, was Elon Musk im letzten Earnings Call erwähnt hat. Um trotz der Chipknappheit weiter Fahrzeuge zu produzieren, mussten die Tesla-Ingenieure alternative Chips einbauen und innerhalb von weniger Wochen neue Firmware programmieren, testen und in die Autos integrieren, um die Produktion so schnell wie möglich trotzdem weiter zu steigern. Das zeigt den klaren Unterschied zwischen Tesla und anderen Herstellern. Es liegt in der DNA des Unternehmens, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Während andere aufgrund des Chipmangels die Produktion runterfahren, ist das Tesla-Team extrem einfallsreich und versucht andere Wege zu finden, um ihre Mission durchzusetzen. Egal wie schwer dieser Weg sein mag. Andere Herstellern fehlt einfach der Wille und die Fähigkeit, so hart an alternativen Lösungen zu arbeiten und sie nehmen den einfachen Ausweg, in dem sie die Produktion senken. Im Gegensatz dazu kann Tesla unglaublich schnell und einfallsreich solche Probleme feststellen, angreifen und lösen. In den kommenden Quartalen werden wir weitere Rekordlieferungen von Tesla sehen und von anderen Autoherstellern die gleichen Ausreden hören. Wie kann ich mir so sicher sein, dass Tesla weitere Rekordlieferungen erreichen wird? Naja, das Unternehmen produziert auch nicht bei voller Kapazität, da Model S und Model X wegen des Chipmangels nur begrenzt hergestellt werden. Und die Produktion von Model S und X wurden in diesem Quartal langsam wieder hochgefahren. Und das wird im nächsten Quartal mit Sicherheit weitergehen. Dazu kommt, dass Tesla auch die Produktionskapazitäten in Fremont und Shanghai immer weiter ausbaut. Gerade Shanghai produziert von Quartal zu Quartal immer mehr Autos. Und nicht vergessen, dieser Rekord ist zustande gekommen, bevor Giga Berlin und Giga Austin mit der Produktion begonnen haben, bevor der Cybertruck produziert wurde und bevor es in den USA Steuervergünstigungen für Elektroautos gab. Ab hier geht es wohl nur noch aufwärts. Über die nächsten Jahre werden wir noch einige dieser Rekorde sehen. Guckt euch einfach nochmal diese Statistik an und stellt euch die Frage, wie diese Auslieferungen im dritten Quartal des nächsten Jahres, in fünf Jahren und in zehn aussehen könnten. Und damit kommen wir zum Sponsor dieses Videos. Pringel. Kleiner Spaß, aber ernsthaft, wenn YouTube hier keinem Chips Werbung zeigt, bin ich verdammt enttäuscht, weil so oft, wie ich das Wort hier gesagt habe, wäre das definitiv eine verpasste Gelegenheit. Danke fürs Zuschauen, Gang. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, haut rein!